Ey, die Ranks sind doch nicht seltsam, Supreme, Mg1, M, Non-Ranked, Noble, Unranked. Diese Lobby war ein Fehler. Ja, diese Lobby war auch ein Fehler. Ey, wir starten bei City, was wollt ihr mehr? Wir gewinnen. Ja, das muss ja jetzt. Das ist für die Party. Nice. 1, 8, 7, Straßenband. So, komm, GLHF, meine ich, sollte man schreiben. Die Smoken Connector ab. Einer geht durch, einer ist Highway. Achtung, der kommt jetzt hoch, ausgewandt. Zwei kommen hoch, einer weg. Main kommt auch, Main kommt auch. Main ist da, Main ist da und auch Mist. Nur noch zwei, nur noch zwei, die habt ihr, komm. Ich geh mal kurz Richtung Mitte, B ist offen. Komm, ist weg. Gehst du rüber, Connector? Ja, nice, sehr cool, sehr schön. Jemand Geld? Zu viel? Wollte grad sagen, frag einfach an. Aber wir sind ja nicht in Bälle rennt, aller. Jo, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wir spielen, die sind aber auch scheiße. Hey, 30, 10, 0 Kills, hey. Alles gut? Ich will auch Fäzen spielen. Scheiße, aber ich mach Kills. Ich glaube, der ist close. Ich bin gleich flashed. Er ist weg. Nach einer Main. Ja, ich hab gefällt. Es war nur der eine übrigens. Ja, ich hab gefällt. Are you sure about this? Das war ein Fehler von mir. Ich hoffe, auch du bist in der Lage, Fehler zuzugeben. Da ist ein Mädchen dabei. Das ist ein sehr viel fetter Typ. Oh, ein fettes Chick. Kann auch sein. Sarios, ich komm zu dir. Einer rechts. Jo, ich hab ihn gesehen. Im Laufen. Einer. Er ist weg. Er ist weg. Nice. Nice. Es war trotzdem ein guter Deagle Force. Das haben wir gut gemacht. Der könnte durch die Smoke gegangen sein. Bin mir nicht sicher. Dann kotze ich aber wirklich. Was? Einfach CSD-Instagram. Und dann zwei Wochen später mich anstrengen, obwohl er mir noch ein paar Tage davor gesagt hat, ich werde kein CSD-Spiel spielen. Nein, nein. Das ist der normale Counter-Strike-Gang. Den installieren, dann werden wir den installieren, dann spielen. Classic. Classic. Ganz viel VB. Dann sollten wir mal rumgehen. Oh mein Gott, der kommt durch. Er hat 44 in 2 genascht. Rennt aber zurück auf B. Er hat jetzt eben irgendwas gepickt. Wir kommen direkt onside. Pass auf. Alter, Azkaban. Nice. Azkaban, ich flash jetzt rein und guck kurz. Oh, Squeaky. Zwei Stück. Der gibt mir einen Header, aha. Optimal. Ich geh close, direkt hier bei A-Main. Hau ruhig mal direkt raus. Ich komm. Gedanke ich weh. Ich hab keinen gesehen. Ich komm jetzt gleich von Mitte. Mach mal ein bisschen... Wie schnell haben die jetzt bitte schon die Bombe gelegt? Ich komm von hinten. Könnte noch einer Wendt sein, ja. Vielleicht an der Box. Rechts. Ich hab was getroffen. Ich hab was getroffen. Das kommt sowas von der Future. Ich geh an sein Tapp, damit man nochmal schön sieht, dass ich in den Highgames... Oder wie man in den Auftrag jedes Mal letzter bin. Nee, das mach ich nicht. Keine Sorge. Ich schneid' auch dieses Gespräch einfach raus. Ich geh an sein Tapp, damit man nochmal schön sieht, dass ich in den Highgames... Ich geh A-Main durch. Oh no. A-Main. Hat noch 8 HP. Okay, er kommt mit der Bombe jetzt. Zwei Leute auf A. Dass der Kobe nicht reinging, Alter. Ah, der war noch hinten dran. Hey. Leute, Leute. Hallo. Mainstep 2. Ja, der brennt. Der ist weg. Nice. Na also, Leute. GH kann man da wirklich mal reinschreiben. Hey, 4. Let's go. Und jetzt drehen sie sich. Hey, jetzt drehen wir uns. Okay. Dieser dreht sich. Oh. Saris dreht sich auch. Hakel ich, aber er dreht sich. Damit werden die nicht rechnen. Sollen wir A-Rush machen? So volle Pulle? Yeah, let's go. Die Koi-Mitte. Die werden das nicht raffen. Ich leg für Main. Oben, 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 oben. Ja. Kau. Oben ist weg. Nope. Der ist weg onside. I will shoot up. Naja, der ist von oben. Ja, ist früh gemacht. Dann geht's B, oder? Easy? Mitte echt? Okay. Dann geht der Rest auf B. Wir machen alles weg, was sich uns entgegenstellt. Ja, jetzt 4 Nails mit dem Grund. Fertig. Los, Spass. Ich bin lag geschossen. Sieh, den hast du. Nice. Und durch, Männer. Und durch. Ich molly City. Fight. Onside. Nice, Azkaban. Ich leg für Event. Wenn der Kusser wollte, kann ich mir jetzt schmecken spielen. Komm, das Spiel ist wirklich nice. Bis jetzt zumindest. Die Gegner sind echt chillig. Trust Factor regelt halt rein, Jungs, ne? Ich molly K. Geht ihr planten? Ich hab für A main gelegt. Flash main und geh da rein. Achtung, main, flash, Azkaban. Alter, easy. Da kommen zwei in main rein. Das sind zwei, pass auf. Nein, stopp. Nein, nein, nein. Bleibt alle. Sorry, ich hab keine Mutti mehr gehabt. Das scheiße. Ich hab auch keine mehr. Darum hab ich nicht geschossen. Ich hab gewusst, dass die einfach durchschreffen werden. Hey. Highway. Nee. Ziesel, den mach ich dir. Mein Nate kommt angeflogen. Warum ist mein AK auch leer? Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal B, oder? Geh mir nochmal B? Kannst du bitte dein Messer in die Hand nehmen? Jakusa, kannst du bitte mal die Bombe nehmen? Danke. Boah, Alter. Jakusa, Jakusa. Jakusa, das ist jetzt aber echt nicht meine Schuld. Komm schon, bitte. Doch. Doch. Einer ist bei City drin. Ja, Slash-Stick. Pass auf, der könnte Highway Headshot sein. Headshot, Headshot, Headshot! Sorry. Noch ein Hand. Oh. Bitte. Bitte. Achso, das ist noch zwei. Ja, geil. Geh, ich mach dir das rein. Oh. Nee. Weiter, Juju. Juju, Juju, Juju. Ja, ich hab gesehen, wie er dahin gerobbt ist. Und dann hat er sich versteckt in der Leiche. Ja, genau. Das war echt ein Pisser. Äh, wenigstens über 100 ADR. Nee, keine App-Rank. Leute, der Rank ist da. Lem ist wieder am Stiesel. Vielen Dank dafür. Ich hab eigentlich auf Global gehofft, aber naja. Ja, hey. Bist du das so? Nein. Hey, Kork. Ich guck mal kurz. Ich bin's sogar ganz oben. Du kannst ein bisschen nur dich dann zeigen, wenn du das Video stehst. Ja, ich zeig nur mich. Ein Match davor finde ich auch, wenn es gar Ranked. Leute, das ist Wahnsinn. Kann man mir einfach so eine Teilnehmerurkunde geben. Ich geb dir eine Teilnehmerurkunde. Schön, dass du dabei warst, Nese. Ach, hast du Faced noch? Faced, ja. Ja, jetzt machen wir nochmal ein Faced-Spiel. Aber ich würd sagen, ich muss erstmal die Aufnahme jetzt hier beenden. Circa so.